Musik Okay Erstmal die Missionen abgeben, die ich schon fertig hab Juhui Kraftkollje Kraftkollje Okay Erstmal wieder das Team verändern Wo steht denn die Klasse von den Leuten? Ach, da oben Ach, ich kann nur die Klasse von meinem Diesem und der Tante da unten verändern Okay, dann nehm ich mal Irgendein Heiler Den da Dann jemanden zum draufhauen Der war so ein bisschen lästig, weil der den Gegner so durch die Gegend schiebt Die nehm ich mal nicht mit Dann nehm ich noch einer zum draufhauen mit Don't worry I won't So Jetzt muss ich aber nochmal gucken, dass ich dem auch ein bisschen was gebe Hehe Das sieht lustig aus Was hab ich denn hier noch? Abwehr 6 Wird häufiger zielt von Angriffen Toll Todesstoß Schaden Ja, warum nicht? Und nochmal Ach, ok Chance auf Wiederbelegung bei Tod Ja, nice Auf jeden Hm 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 Habe ich irgendwelche neuen Waffen da eigentlich? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wenn ich... Ich glaube nicht. Vielleicht soll ich mal welche kaufen. Ich glaube mittlerweile könnte ich... Achso. Jetzt muss ich aber die... Tante hier zum Priester machen. Blah, blah, whatever. Okay. Was? Ach, Stufe 1. Was? Boah, fuck. Dann wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kaputt gehen dabei. Hm. Ja, dann nennen wir den ganzen Scheiß hier wieder. Ja. Ja. Dann nennen wir den ganzen Scheiß hier wieder. Na gut. Okay, 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 äh... Teleport. 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 Verlorene Seelenfaun. Zoom. Zoom. Dududududud bt Oheb Ich wechsle mal gleich wieder, mit dem macht schon mehr Spass zu zocken. So. Auf geht's. Kampfzone. Es geht direkt zur Sache. Da kann ich vielleicht auch dieses Item benutzen. Oder für mehr Erfahrungspunkte. Obwohl, vielleicht sollte ich mir das aufsparen, wenn ich mal wieder den Job wechsle. Ach, nee, egal. Nee, nee, mhm. Okay. 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 Oh, neue Gegner, die kenne ich noch nicht. Das ist cool, dass die Attacken so weit fliegen. Und direkt eine Medaille. Okay. Okay. Und noch eine neue. Neue. Nice. Ein Buff. Okay, von der anderen Seite vielleicht. Nice. Das blinkende Schwert ist cool. Und hier. Jetzt wird das neutron. Okay. Wir sehen uns leider nicht. Wir sehen uns an. Wir sehen uns an. Aber trotzdem, schau dir ins zu. Oh nein. Wir sehen uns an. Ach, Tatsache. Das macht bestimmt viel Schaden. Da ist noch ein Gegner. Oh, der war ja kurz da. Angriff erhöhen. Kein Problem. Friss das. Das macht mega Bock mit dem zu kämpfen. Was kann der denn überhaupt? Gegen alle. Ach, cool. Ähm. Mach den mal weg. Nenn lieber den mit. Oh, hier gibt's bestimmt ein Schatztor. Oh, einige. Da ist bestimmt irgendwie ein Monster. Ich wusste es. Was? Was? Alter, wie krass ist das Ding denn drauf? Okay. Vorsichtig. Okay. Toll. Okay. War das nur die eine? Ich schätze, es war völlig egal, welche ich zuerst öffne. Okay. Schön alle da bleiben. Schön alle da bleiben. Okay. Ach, cool. Okay, dann mache ich das wohl mal weg Wenn ich noch sein mitnehmen kann Warum sollte ich da lang gehen? Ich muss ja überhaupt nicht durch den Schleim Ups, das wollte ich gar nicht Hm, 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 hm Blah, die Fresse Awa Wozu brauche ich diese Medaillen? Ich muss doch hier gar nicht lachen Ist da irgendwo eine Schatztruhe oder so? Hm Oh nein Irgendwo ein Gegner Hm, 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 hm Ich kann nicht von hier hinten alle besiegen Huh? Woohoo! Verhauen wir die mal Der ist schon ziemlich OP Er wird auch zum Super Saiyan Das ist schon Okay. Okay. Hmm. Ah, cool. Uninteressant. Das ist doch krass, diese Attacke. Das ist doch krass. Ich hab das schon gesehen. Alles cool. Das ist doch krass. 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 Das ist doch krass.